Mann, Bruder, mein Leben ist übertrieben, krass langweilig, Mann. Habibi, du gefällst mir auch nicht mehr, verstehst du? Was soll ich denn machen, Mann? Du musst Araber werden, hab ich tausendmal gesagt! Kannst du mir helfen, Mann? Glaubst du, schaffe ich das? Wie du das schaffst? Bibi, wir fangen jetzt schon mal an. Regel Nummer 1, der arabische Zahnstocher. Der gibt dir mehr Persönlichkeit und du willst zum Keller, Habibi. Okay, alles klar, ich bin bereit. Komm, lass losgehen, komm, komm. Jalla! Ja, Bruder, mach direkt nicht auf, der Spaß. Und leider. So, jetzt, alles klar. Bei mir ist auch alles gut. Oh, ich muss weiter. Guck mal her. Laxu, wie grüßt ihr die Leute? Ja. Laxu Hand, mach halt diese. Ich mach das besser, ich mach bei den Nächsten anders, okay? Okay, ich geb dir noch eine Chance. Ja, ich mach das. Ja, ich mach das. Laxu, Habibi, Salamu Aleikum. Wie geht's dir? Alles okay, hab uns einig, hab mit LB. Holla, Jungs, keiner macht mit mir Fakten. Holla, Jungs, du musst doch mit LB. Holla, Jungs, du musst doch mit LB. Holla, du warst bis jetzt gut, aber du musst noch mehr Gas geben. Verstehst du? Ich hab eine Idee. Ist ja in der Shisha-Bar, da kann ich beweisen, dass ich gut bin. Shisha-Bar? Ja, Shisha-Bar. Wo denn? Direkt um die Ecke. Gute? Sehr gute. Entschuldigung, es ist heute alles, wir haben keinen Platz mehr. Ich bin Kollege, geh mal beiseite, was ist los mit dir? Seine Haare, Alter. Habibi, guck mal, diese Aktion von dir war gerade sehr gut. Aber das geht trotzdem nicht so weiter. Wie meinst du das? Du musst den Laden übernehmen. Wie übernehmen? Du musst den Laden übernehmen, du musst dich aufbauen. Habibi, hier im Viertel. Jeder soll wissen, der Laden gehört dir. Meinst du? Jawolle. Meinst du, ja? Jawolle. Lack du, komm mal ganz her. Lass mal den bringen, bring mal den Chef. Meil dich mal, geh mal jetzt. Wo ist dein Chef jetzt? Ja, hallo, ich bin der Chef, was kannst du dir? Du bist der Chef? Ja. Okay, komm mal mit, ich muss mal ganz so mit dir reden. Komm mit, ganz so. Ab jetzt ist das mein Laden, okay? Lass dich wieder hier blicken. Jalla, geh jetzt, jalla, geh. Ist okay, ist okay, der Laden gradiert. Kralas, der Laden gehört jetzt mir. Habibi, Walla, du bist auf dem besten Wege, ja? Komm, lass Pfeife auch hingehen. Lack keiner noch mit uns, wachst du keiner. Habibi, warte mal, wohin gehen wir überhaupt? Ja, sei denn, ey. Komm von mir, gute Wohnung, lass uns hingehen. Walla, gute Wohnung? Glaub mir, gute Wohnung, schöne Terrasse, können wir schöne Sachen machen, ja? Kralas, jalla, jalla, komm, komm, komm. Habibi, komm, lass uns hingehen. Warte, guck mal, was für ne Gebäude. Krass, ey, der bestimmt mit Geodreit gemacht hat, ja? Ich schwöre. Walla, ist gerade wie keine Ahnung, jalla, wer hat Masani, Walla? Walla, das Geld hat kippet, ja? Ich schwöre, ja, bestimmt hat der Wasserwagel zu Hause, ja? Der Geld ist das nicht Picasso? Lack ich schwöre, Picasso ist dein Cousin. Der sieht aus wie tantes Helm, du. Komm mal. Der hat Geld, der hat Geld, lass hoch, lass hoch. Brauchst du ja? Hey, meine Lieben, kommt rein, meine Freunde. Walla, die Lage wird heiß. Ist ein guter Junge, ne? Ist ein guter Junge. Bruder, er hat Wohnung, einfach ein Fahrstuhl drinnen. Bruder, Wohnung, Fahrstuhl, was ist das? Was? Ich weiß nicht, Alter, ja? Er hat selbst Geburt, glaub ich, hätte andere. Gleich stoppt. Komm, komm, komm. Ja, komm rein, Jungs, wir haben meine Penthouse-Wohnung, würd ich mal sagen, ja? Hier ein riesen Fernseher natürlich. PS4 hab ich natürlich auch. Kommt drauf auf, Jungs. Und meine Terrasse. Ach ja, dieser Duft läuft. Oh, sehr schön hier. Sehr schön. Mein Bester. Fühlt euch wie zu Hause. Das ist ein paar Zimmer größer als unsere Wohnung. Das ist ein paar Zimmer größer als unsere Zukunft, Alter. Bibi, da lacht weh, da lacht weh. Entschuldige, du weißt, was du tunest. Ich mach den Hohn. Ich mach den Hohn. Ich mach den Hohn. Na, Thorsten. Ja, Barry? Na, komm her, Oli. Barry, was ist das für ein Thron? Was für Barry, komm her jetzt. Na, komm her jetzt. Na, komm her jetzt. Das ist gar nicht so, Barry. Was ist denn? Ja, aber ich fand das Tate weh. Na, sag mal, Leise. Mach mal jetzt deinen Faschhof. Geh mal jetzt. Darüber müssen wir reden. Was machst du denn? Hey, redest du viel, ja? Lack, mach keine Faxen, okay? Lass dich nie wieder blicken. Ab heute gehört der Penth aus mir, okay? Lack, ey. Lack, schuf ihn. Lack, Habibi, hast du einen Reib? Wallah, Reib. Gib dir nur wenigstens an. Das ist eine Schuhe. Lack, Habibi. Warte mal ganz kurz. Wallah, Habibi, du bist sehr, sehr gut geworden, ja? Lack, gefall ich dir? Sag, was du gefällst mir. Du bist richtig, Habibi. Abus Ainak, Wallah, du bist... Aber sag mal ganz kurz, bin ich jetzt Araber? Habibi, du heißt ab heute Ahmad Hamza Abu Antar. Du bist offizieller Araber, ja? Andar. Abus Ainak, Abus Ainak. Abus Ainak, Abus Ainak. Abus Ainak. Das meiste FIFA, FIFA 2070 zocken. Weißt du, Zukunftsspiel hier, ja? PlayStation 19. Yo, was geht ab, meine lieben Jungs, wieder hier am Start. Ich melde mich wieder zu Wort, hab lange kein Auto mehr gemacht. Auf jeden Fall, Freunde, das war mal wieder seit langem ein Video mit Bodyformers. Ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, dann lass mal sowas wie Daumen hoch. Und Freunde, wir haben noch ein zweites Video gedreht für Barry Bodyformers, seinen Channel. Der Link ist in der Videobeschreibung ganz oben. Check das auf jeden Fall ab, ist auf jeden Fall auch lustig geworden. Und wenn ihr wollt, dass ich weiterhin mit Barry auch Kollabos mache, schreibt das in die Kommentare. Ich will das lesen, ich will das sehen. Und dann kommt auch ein weiteres Video, ihr wisst Bescheid. So, ich bedanke mich an jeden einzelnen von euch bisher für den krassen Support. Wir haben mittlerweile die 300.000 erreicht. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich möchte mich nochmal bei euch allen bedanken. Und nochmal besonders an allen, nochmal an allen bedanken für das hier. Bam! Au! Die meisten von euch kennen das bestimmt von anderen YouTubern. Und ja, ich zeig euch mal was das ist für die, die ich noch nicht kenne. Bam! Bam! Sieht man das hier, kann man hier lesen, kann man hier lesen, kann man hier lesen. Auf jeden Fall, Freunde, Spaß beiseite. Das ist der Silber Button, der 100.000k-Button. Viele fragen sich von euch, warum hat er den erst jetzt? Wir haben schon die 300.000 erreicht. Ja, die werden meistens immer so vier Monate später verschickt. Warum auch immer, ich habe ihn auf jeden Fall erst jetzt bekommen. Wir haben zwar die 100.000 schon längst erreicht, Freunde, aber nichtsdestotrotz ist das für mich was bedeutsames. Dank euch, ich bedanke mich an jeden einzelnen von euch. Jeder, der mir gerade zuguckt, ich küsse deine Auge. Auf jeden Fall, Freunde, gemeinsam werden wir noch den Goldenen holen. Die eine Million, da bekomme ich den Goldenen. Und das ist nur eine Frage der Zeit mit eurem Support, Freunde. In dem Sinne, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch, Freunde. Ich küsse eure Augen 10.000 Mal und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Younes Jones. Peace out. Ciao. Ciao. Ciao.